Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Ja, auf das Päuschen war etwas länger. Ich will euch auch gleich erklären warum. Ich muss nur mal ganz fix... Ja, das ist schön. Ich muss nur mal ganz fix gucken, wo sind wir denn stehen geblieben letztens. Ich hab's nämlich... Das ist Stufe 12. Warte mal. Leuchtturm. Aber wir wollten doch hier irgendeine Quest... Achso, das war bei Nacht, ne? Nur bei Nacht anwesend, okay. Ja, dann erklär ich euch mal kurz was. Hallo? Wo ist mein Armeel? Da. So, ja. Wie gesagt, Aufnahmepäuschen war ein bisschen länger. Das heißt, es kam auch ein, zwei Tage oder so. Keine Folge. Tut mir auch sehr, sehr leid. Ich will euch aber auch gerne erklären warum. Nämlich ist es folgendermaßen. Die meisten dürften das ja wissen. Ich spiel natürlich, weil ich daran Spaß habe und so weiter und so fort. Also ich mach das nicht, weil das irgendwie jetzt für mich irgendwie, keine Ahnung, Arbeit ist. Sondern ich mach das wirklich aus Spaß. Aber ich bin natürlich offiziell auch Let's Player. Das heißt, ich verdiene natürlich auch damit Geld. So. Und YouTube hat, der eine oder andere hat das ja auch schon mitbekommen von anderen, hat jetzt immer wieder die Angewohnheit, Videos nicht zu entmonetarisieren, sondern zu... Ja, wie nennt man denn das? Also du kriegst da quasi dann so ein gelbes Dollar-Symbol anstatt dem grünen. Und das heißt, dass dort keine oder nur eingeschränkte Werbeanzeigen geschaltet werden. So. Und das Ding ist, ich find das grundsätzlich ja in Ordnung, wenn sie denn tatsächlich, das bei Videos, Entschuldigung, wenn sie das tatsächlich bei Videos machen, wo irgendwelche Hass-Tiraden gepredigt werden oder wo wirklich Gewalt propagiert wird und so weiter. Aber ich mach hier ein Let's Play. Ich benutze normale Umgangssprache, vielleicht mal ein paar Ausdrücke, aber jetzt nichts, da wird mir hoffentlich jeder recht geben, nichts, was in irgendeiner Art und Weise erfolgsverhetzend wäre oder ähnliches. Und deshalb muss ich immer manuell diese Videos dann zur Prüfung an YouTube geben und jedes Mal passiert dann folgendes, sie monetarisieren das wieder dann normal. Und dieser Vorgang dauert allerdings leider teilweise mehrere Tage. Und ich hab einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die Videos erst dann freigebe, wenn YouTube das Video vernünftig eingestuft hat. Weil ich lass mich ja nicht irgendwie Adult-Content oder ähnliches draufkleben, weil das ist einfach nicht der Fall. Umgangssprache ist Umgangssprache und dazu gehören auch mal ein paar Ausdrücke. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist halt einfach so. Okay, das wollte ich nochmal loswerden. Das heißt, wenn mal ein Tag keine Folge kommt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das Video einfach nicht von YouTube richtig eingestellt ist. Ich bitte da einfach um ein bisschen Nachsicht. Aber wie gesagt, ich bin halt Let's Player. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß, die Spiele zu spielen. Aber natürlich, man muss auch von irgendwas leben. Und insofern ist es halt einfach so ein Geben und Nehmen. So, das vielleicht mal direkt vorab. Wir müssen eigentlich mal... Wie war denn das? Wie konnte ich denn übernachten? Äh, wie war denn das? Hab das schon wieder vergessen. Warte mal. Optionen. Mal ganz kurz in die Steuerung reingucken. Steuerung. War das hier irgendwo? Ne, das war dann wahrscheinlich hier bei der Steuerung anpassen. Äh, ne, warte mal. Das konnte ich noch nachlesen, ne? In dem Talentskill-Baum. Ne, halt. Ah doch, genau. Hier, ähm. Genau, Fähigkeiten. Ähm. Mit M. Okay. Da muss ich allerdings absteigen wahrscheinlich. Mach ich mal. Und dann würde ich sagen, wir machen mal das Nachtwirt. So, achso, was ich noch vergessen hab. Ähm. Ich hab jetzt auch angewöhnt, äh, um das ganze Problem ein bisschen im Vorfeld zu ersticken. Was ich grad noch angesprochen hatte. Äh, dass ich die Videos einfach ein paar Tage, bevor ich sie raushaue, ähm, quasi hochlade. Und, ähm, dann direkt zur Prüfung gebe. So, also. Wir müssen dahin. Glaube ich, ne? Ja, irgendwie so. Geh mal dahin. Hier kann ich mir denn die Quest hier nicht anzeigen lassen. Quest. Die alten Zeiten. Das ist aber nicht. Prüfung des Anubis. Ja, Event-Queststufe 40, ist klar. Ähm. Was ist denn die Quest? Ist das die? Binde. Ah ja, genau. Beim Leuchtturm. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Leuchtturm. Dachte, es wäre hier, aber ist gar nicht. Naja. Ist nur bei Nacht anwesend. Ja, okay. Ich hab übrigens mein Mikro noch mal ein bisschen umgestellt, äh, weil ich hab festgestellt, dass immer so ein bisschen Echo drin ist. Fand ich jetzt nicht übertrieben, aber ich wollt's dann doch gerne weg haben. Ich hoffe, dass es jetzt so funktioniert und dass ich jetzt nicht irgendwie übersteuere. Falls doch, dann, äh, sieht man das nach. Ich bin da noch ein bisschen am rumfummeln. Ich fummel so gerne, wisst ihr. Kanopos, neuer Ort entdeckt. 25 EP. Sehr schön. Ah ja, bei Nacht ist es auch schön. Ist halt ein bisschen dunkel, ne? Aber auch nicht zu dunkel. Fast schwer zu hell, der Himmel. Bin nackt. So. Nö. Ich bleibe nicht stehen. Ich klau mir jetzt hier ein Boot. Und zwar das da unten. Und dann, äh, fahren wir mal da rüber. Das ist ein bisschen aufpassen. Hier war nämlich, glaube ich, Sperregebiet. Nö. Ciao. Oh. Hallo? Schiff? Halt! Bleib stehen! Warte mal das hin. Hä, war da irgendwas im Weg? Ach, der Vogel oder was? Nee. Irgendwas war da gerade im Weg. Egal. Wir fahren mal rüber zum Leuchtturm. Das ist aber nicht der große, ne? Von Alexandria. Der große ist das hier nicht. Das ist irgendein kleiner Leuchtturm. Naja. So, gehen wir hier lang. Ah, okay. Apollodorus. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten, oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah. Dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastis. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle? Was ist damit? Damastis hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Cleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eodoros ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastis und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastis? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Okay. Finde und rette Damastis im Hafen von Kanopos. Das ist da hinten gleich. Oh Gott, das ist dieses Sperrgebiet, oder? Ähm. Schatz plündern. Ne, doch nicht. Also wir können da, wir müssen da nicht rein. Ich würde das nämlich gerne erstmal umgehen. Und wir machen einfach das da. Das heißt, wir gehen da so ein bisschen an die Seite. Ja, okay. Das schaffen wir. Das ist kein Problem. Nur ein bisschen aufpassen, dass man richtig, äh, ja, da so an der Seite einfach rangeht, ne? Also ich muss Sehnung holen. Na dann. Ah, okay. Ist gefangen. Okay. Dann befreien wir ihn doch mal. Ich hoffe, dass da jetzt nicht allzu viele Soldaten wieder am Start sind. Wenn da immer diese Horden von, äh, von gegnerischen Soldaten kommen. Das ist immer mega heftig. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Geiße. Okay. Ich verzieh mich mal. Halt. Bleib stehen. Ich geh mal weg. Da hinten kommen sie jetzt gerade. Also ein bisschen vorsichtig sein hier. Alle dürfen uns hier eh nicht sehen. Es ist ja Nacht. Okay. Ähm, da schießt einer hierher. Ich geh mal hier hoch einfach. Los, hoch da. Mist. Kann er nicht? Ah, das ist ja doof. Okay, den müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Schön vorsichtig. Müssen wir da irgendwie hinkommen. Ich könnte übers Wasser gehen. Ich weiß nicht, ob der Schatten hier irgendwie eine Rolle spielt. Ich denke schon. Ist ja ein Assassinsspiel. Also dürfte ja Schatten und ähnliches, ne? Auch ein bisschen immer dabei helfen. Ich versuche mein Glück. im Wasser. Okay, scheint ihn nicht zu interessieren. Gehst du mich? So, weg mit dir. Okay. Einer weg. Dann müssen wir uns den da ran holen. Oder? Versuchen wir mal den da ran zu holen. Leise. So, der ist weg. Dann haben wir uns den da ran. Step by step. Das ist immer noch die beste Idee. Aggressiv durchrammeln bringt hier leider nichts in dem Spiel. Oder was heißt leider? Es ist halt auch mal eine Abwechslung, ne? Bei Risen. Äh, bei... Ja gut, bei Risen auch. Aber auch bei Elex, was ja aktuell auch noch läuft. Da ist es ja ein bisschen anders. Da wird ja brachial gespielt. Hol mich hier raus. Aber hier nicht. So, na komm mal runter. Was ist? Oh. Okay. Dann haben wir den da runter geportet. So. Ansonsten... Warte mal, wir können ja mal kurz schauen. Da sind zwei. Ansonsten sehe ich aber jetzt keinen. Da hinten ist einer. Läuft denn der lang? Ah, der kommt gerade zu uns. Okay. Na, komm mal her. Ja, schön hierher. Reicht es jetzt gut aus? Da ist keiner. Da ist ein Esel. Ja, sehr gut. Okay. Er ist auch weg. Das heißt, mehr dürften wir jetzt hier nicht haben. Glaube ich. Ein bisschen gucken. Nö, sieht aber ganz gesund aus. Dann. Tür aufschließen. Ja, ja, ja. Komm. Ich helf dir. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Fuck. Jetzt kommen sie alle. Hälfte mal hier drüben. Problem, Problem. Hoch da, hoch da. Oh, aua. Aufpassen. Oh, aua. Bin gleich tot. Oh, scheiße. Wo kam die jetzt her? Da war doch keiner. Ich hab extra geguckt, weißt du? Oder hab ich's übersehen? Hm. Na, es wird halt auch wirklich nicht einfacher, das Spiel. Aber ich find's eigentlich gut, dass es ein bisschen schwieriger ist. Da muss man sich halt ein bisschen zusammenreißen, ne? Oh, halt. Da ist einer. Müssen wir's halt nochmal machen. Oh. Diese Zone ist tabu. Hallo. So, der ist weg. Okay. Versuch halt nochmal eine andere Taktik. Mich ein bisschen, äh, durchzuschleichen hier. Oh, der sieht mich doch bestimmt, wenn ich hier langlaufe, oder? So langsam. Äh, scheiße. Ähm, so, warte. Oh, gleich drei. Okay. Ah, Aua. Shift F. Shift F. Shift F. So, jetzt. Das ist doch der Kommandant, oder? Blockt einfach alles. Ah. Ah, uh, das, das. Oh, das tat weh. Ah, so. So, so, so. Da kommt her, der Bogenschütze. Pam, 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 pam. Okay. Das tat gut. Okay. Das hat funktioniert. Sehr, sehr gut. War das jetzt der Kommandant? Ich bin mir gar nicht sicher. Lass da wieder ein bisschen Entdeckung gehen. Bin mir nicht sicher. Naja, wir gucken mal. Oh, da ist auch jemand. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Klauze. Kommen wir gleich. Hey, komm her. So. Schön leise. Okay. Die kam von hier irgendwo. Hey. Da bist du ja. So. Ich brenne. Ja, ja, ja. Oh, aua. Shift-F, Shift-F. Nein. Ja, tötet ihn. Ja. Mist, hat überliebt. Oh, fuck. Nein. Oh Gott, die sind aber auch so stark. Was ist denn das? Alter. Ich muss sagen, die Schwerte sind echt gut. Aber nicht gut genug bis jetzt. Machen einfach immer noch so wenig Schaden. Oh, und übelst lange, um einen Gegner umzuklopfen. Das ist echt krass.